Willkommen im Energy Center Wittrock in Trier, Ihrem Spezialist für Heizen mit Holz, dem CO2-neutralen und nachwachsenden Rohstoff. Wir stehen hier vor einem Pelletofen, beheizt hier mit Vulcano-Pellets. Dieser Pelletofen ist von der Marke Königshütte, ein Gerät mit einer Leistung von 2,1 bis 6 kW einstellbar, über 5 Heizstufen. Wir haben hier die Verkleidung Sandstein-Tobacco, ein leichter Beigeton. Der Pelletofen verfügt über eine elektrische Zündung und kann auch über eine Zeitschaltuhr, die im Gerät integriert ist, programmiert werden, sodass er auch zündet, wenn man ihn vorher programmiert hat und nicht zu Hause ist. Die Pellets werden in diesem Gerät über diesen Befülldeckel eingefüllt. In diesem Fall ein Befüllvolumen von 25 kg Pellet. Im Moment ist das Gerät auf Heizstufe 4 eingestellt. Man sieht also hier ein schönes Flammenbild, eine ruhige Flamme. Der Ofen ist also sehr leise in Betrieb.